Dad! 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 Hinter die Absperrung. Und zwar sofort. Oh, aber... Tu, was ich dir sage. Jetzt geh schon. Lauf, Sarah! Oh, nein! Oh, nein! Mein Werkzeug! Mein kostbares Werkzeug! Wir müssen Feuerwehrmanns Hemm verständigen. Ein Brand bei den Flats? Oh, nein! Die Feuerwerksparty. Hoppla! Schon wieder! Bei den Flats brennt es, da ist sicher was mit dem Feuerwerk passiert. Cridlington, Sam, ihr nehmt Jupiter und ich halte hier die Stellung. Wo Tiger jetzt muss stecken, Marc? Oje! Hoffentlich hat er sich nicht in der Werkstatt versteckt. Jetzt sag doch sowas nicht, Norman! Da kommen sie! Sam! Sam! Tiger hat sich vielleicht in der Werkstatt versteckt. Schon wieder? Ich sehe gleich mal nach. Keine Spur von Tiger. Er war also ganz sicher nicht in der Werkstatt. Ach, das ist gut. So ein Glück. Ach, da bin ich aber froh. Ich will jetzt sofort nach Hause. Vielleicht ist Tiger ja schon zurückgekommen. Ich fahre dich. Aber wir haben doch noch gar nicht alle Raketen gezündet. Also für diesen Abend haben wir genug Raketen gesehen. Allerdings. Nie wieder Feuerwerk im eigenen Garten. Das ist zu gefährlich. So ein großes Feuer haben wir lange nicht mehr gelöscht. So lange, dass ich fast vergessen habe, wie es geht. Was war das denn? Hast du das auch gehört? Hey! Na sowas. Das ist Tiger. Ja, Feuerwehrmann Sam. Dafür ist er bekannt. Ja, Feuerwehrmann Sam. Was immer dich bedroht. Sam!